Ich auch so, da muss was passieren jetzt, ne? Ja, ja. Richtig. Ne, wir müssen nur alle wieder ein bisschen mehr machen. Das ist schon, und das ist egal, wie alt wir sind. Egal, egal. Völlig wurscht, ne? Das ist völlig wurscht. Und immer schön immer den anderen auch erzählen, und dann geht das nämlich, und dann wissen wir nämlich auch, wie wir miteinander denken, was wir denken, und dann sind wir uns wieder einig, und dann klappt das nämlich auch. Ja, richtig. Ne, das muss doch mal eine richtige Demokratie her, mal richtig alle so. Ja, so geht das nicht mehr. Das ist richtig so. Ja. Ja. Rettenkürzung und den ganzen Zeugs da, ne? Ja, ja. Was machen die noch vom Scheiß? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Wer weiß, ob wir noch eine Rente kriegen. Also ich jetzt zumindest, weiß ich nicht. Das kann passieren, ja. Das habe ich mich heute erst mal von einer alten Kollegin hier getroffen. Ich bin ja von Gera. Ja. Ich bin hier keine Wessi-Tante. Okay. Da habe ich mich mit der getroffen, die hat auch gesagt, sagt sie, klar, die Juchen, die geht, ja, die hauen alle ab. Genau. Dann hat sie mir erzählt, ihr Mann ist auch weggegangen, ja. Und sagt sie, lieber, um Arbeit zu kriegen. Ja. Sagt sie, und deswegen geht jetzt auch unsere Ehe kaputt. Genau, ja, das macht ganz viel. Und so gehen die Familien auseinander. Richtig, alles geht kaputt, richtig, genau. So sieht es aus. Ja, dass die ganze Woche da drüben oder was, und dann kommt die mal das Wochenende. Das ist doch keine Beziehung, da kann man noch nicht. Das ist doch kein Leben mehr. Richtig, genau. Ne? Ne, das geht so nicht weiter. Richtig, wir machen das. Wir sind jetzt gerade dabei. Ne, wir fangen jetzt mal an. Ja, ein bisschen verteilen. Ja, der Satz ist gut, ne, soziale Gerichtigkeit. Genau. Der ist auch kurz. Ähnliche Politiker, ja. Wie findest du man da, ne? Wir fangen das auch. Wir schaffen das auch. Aber war nichts. Sondern. Wir müssen, ne, 45 ist das noch jung, ne? Im besten Alter, ne? Ne, will ich auch sagen. Mitte, halbzeit. Genau. Ne, wir schaffen das. Wir werden ja alle 100 wie gehstern. Ja, genau. 108, ne? Oder wie wohl war das? Bisschen. Wenn wir 108 werden, dann brauchen wir noch ein bisschen soziale Gerechtigkeit. Ja, brauche ich mir noch nicht. Ne? Ich könnte das jetzt wieder übernehmen. Ich wünsche euch alles Gute. Danke gleichfalls. Einen guten Rutsch ins Neujahr. Ja, danke. Dankeschön. Dass sich was ändert. Genau. Ich bin ein Leben lang Sozialdemokrat. Ja. Ja.